Warum Video-Storytelling so wichtig ist, gewinne dein Gegenüber mit Emotionen. Entwickle nicht Produktbeschreibungen, erzähle packende Storys. Ich habe immer gesagt, ich kann das schaffen und habe immer an meine Träume geglaubt und habe was dafür getan. Ich habe mir alles dafür gegeben und man schaut sich dann halt immer an, wohin es mich letzten Endes gebracht hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ZEREC – diese moderne Technik begeistert mich einfach. Anhand von einer Filmaufnahme, ähnlich wie bei einem 3D-Drucker, wird Zahnersatz aus Keramik gefräst. In nur einer Sitzung stellen wir natürliche Kronen her, ohne lästigen Abdruck. Ich kann Ihnen versichern, das sieht nicht nur schön aus, das hält auch. Der schnelle Austausch von Informationen und Wissen braucht eine genauso bedeutende Infrastruktur wie gut ausgebaute Straßen. Eine Autobahn unter der Erde, die Datenautobahn. Hier übernehmen die kommunalen Unternehmen Verantwortung. Nahrungsmittelproduktion in umweltfreundlichen Kreisläufen. Sowas funktioniert sogar mitten in der Hauptstadt. Zwei Berliner Startup-Unternehmer, die machen es vor. Landwirtschaft mitten in Berlin. Auf dem Gelände dieser ehemaligen Brauerei in Tempelhof ist eine Fisch- und Pflanzenfarm entstanden. Laut sein, das fordern die Studenten der Designakademie Berlin. Ihre Kampagne Don't be Silent gewinnt Platz 1 beim internationalen Facebook-Wettbewerb gegen Hassrede in den sozialen Medien. Gina Lückenkemper zu Gast in Afrika. Sie ist die erste deutsche Sprinterin, die nach 26 Jahren mal wieder bei einer WM, die 100 Meter unter 11 Sekunden gelaufen ist. Mach es anders. Schaffe neue Wege. Und leidenschaftliche Geschichten. Formatfabrik. Geschichten für dich. Ich fühle dich.